So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age. So, gucken wir mal, was machen wir denn heute? Was sagt man denn nur, ob das an mir eingestellt ist? Ach, genau. Oh. Oh. Guck mal, ob es das ist, denn... Kleine, kleine Überraschungen. Mal gucken, ob es das Lager ist. Das müssten wir eigentlich aufgestellt haben. Aber damit... Soul ist doch noch wenigstens geworden. Ich bin nicht ganz öre. Obte das Lager sind. Oh ja, das ist es. So. So. Mach doch mal. Die Winterplätze haben wir noch. Muster weichen. So. Dann kommt mal mit. Oh, Mann, da. Der fliegt los! Nein, nein. Kommt, komm, kommt. Lass die Viecher, Viecher sehen. Du wolltest ja unbedingt sterben, ne? So. Komm, mach Ballett. Und du hau ab, die dumme Viech. Wichspickel. So. So, mal hier. Hm. So. Da mich jetzt noch einmal gedrucken hat. Feretische Froschdrücken. So. 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 komm nicht schießen erst mal das und dann machst du das gut dass man den neuen bogen haben klappe deine kinderchen sind schon dort leider du wolltest ja nicht hören 2.000 das ist krass die inneren attacke und nummer zwei ich lebe noch und wie der letzte feuerstoß hätte uns beinahe gerastet ach kann ich ja nie rum wen ist noch da hoch weil normalerweise ob sie noch da hoch hier seinen platz da oben und dann ist da der entscheidende angriff von uns diesmal kann man nicht da hoch ich bin ja über krasse diesmal so so das war der part dreck nein mein scherz so gucken wir mal erstmal gehen wir zurück hin mit dann muss ich verkaufen ich kann nicht mehr oder was kaufen bei dem händler schade dass die 2 und 1 nicht auf der playstation 4 kommt schade wir trinken jetzt 1 würde ich da gerne nochmal auf der playstation 4 zocken aber naja so inventar jetzt gucken wir mal machen was haben wir nur es gibt nur wenige oder ausgezeichnet das amulett der kunstliche zu untersuchen das sehen was haben wir noch gesundheit und ausdauer ein ring haben wir noch nicht ring der kritischen treffer so gehen wir da erstmal hin was ist denn das macht denn das heilung bei tot das aber die kette wovere haben wir denn was krieger und oder meine schwärmer mal was hat denn Was ist denn Kassandra da überhaupt? Ich habe mehr hier. Was ist das? Ausdauer. Was ist denn du? Du kannst das kriegen. Ich brauche nicht so viel Elixier. So. Was ist das? Nur Krieger. Block Maximum. Was ist denn du da? Springfeuer. So, da hast du schonmal alles blau. So. Ja. Hier warte ich hin. Ja, ich möchte auch eine vollständige Gruppe. Weil ich da eh nicht kämpfen muss. In Teil 1 gab es das noch nicht. Gab es erst in Teil 2 und Teil 3. Okay. In der nächsten Part, da werde ich mal 30 Minuten machen. Da werde ich die Hauptquests machen. Ich habe jetzt euch zwei Drachen gezeigt. Und er sollte davon absehen, Frauelsseel den witzigen Bären zu ärgern. Er mag zwar klein sein, aber ihr schnackt. Ja, bringt mir ja nichts. So. Wir haben... Gürtel des Lebens. Gürtel des Lebens. Haben wir ja schon. Aber zur Heilungsbonus ist noch drin. Ringen der Schnitte. Einzigartig. Das ist hier. Da. Ach, wir haben ja hier schon den Bogen. Und deswegen sind wir ja so gut. Stimmt der. Das ist ja der. Okay. Was war das jetzt? Eine legendäre Pläne. Da könnte man noch einen Bogen herstellen. Vier. Das ist irre. Sehr schön. Da brauchen wir ja so noch ein bisschen. Oh Gott. Was willst du immer mit einer Gruppe da? Was? Da. Ja, nee. Da kannst du immer mit einer Gruppe geragtern. Wärts aufer. so ähm ich weiß, denn dieser gummose Sturm küsst er ich weiß, was man so, was man hier Was? Das würde ich aber auch ziehen. Ja, das ist ja egal. Das können wir ja machen. Weil... Es läuft ja weiter. Auch wenn ich oft bin. Was denn jetzt... Eigentlich... Das mit den Drachen. Ah, ich weiß ja nicht, wo noch ein Drachen da ist. Aber da weiß ich nicht, wie stark... Drachenjagd... Da... Da... Er konnte nun der Fusskippe senken. Nee, noch nicht. Was? Ego, es hat die Stunden denn mal. Was für ein Fusskippe senken. So, durch die Berge? Zwei Stunden, naja. Dann wollen wir doch mal sehen. Ist ja nicht so lange. Gucken wir mal, ob eine Reliefung da ist. Da sind. Was ist das denn für ein... Was ist das denn für ein... Was ist das denn für ein Bogen? Was ist das denn für ein Bogen? Da kommen... Ein Selbstgeboten. Der hab ich bestimmt gebaut. Gucken wir mal. Da beim Fusskippen. Ja, das noch nicht. Geist das. Kumpel. Das ist das, Josu. Das. Das ist das. Das ist das. Man muss auch... Kumpelern. Das ist der normale, okay. Stichlangschwert. Der Ringer lässt grüßen. Bogen. Meisterhafter Donenbogen. Kommen wir nur auf 165. Achja, wir haben ja noch 100% wahr? Ja. 40%, 20%. 10%. Da. Okay. Können nix machen. Damit ist aber dann noch der Part hier berendet. Wir sehen uns. Wir hören uns im nächsten Part mit diesem wunderschönen Bild meiner eigenen Eingangszeile zu stellen. Dann lasse ich euch einen wohlverdienten Feierabend, was auch immer ihr dann habt, wenn ihr die Folge guckt. Haut rein. Und tschüss. So. So.